Das Multiversum Schwächert ist weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Wieso im Multiversum immer mehr internationale Sportveranstaltungen stattfinden und was die Aktivität der Location ausmacht, wir haben nachgefragt. Die Österreicherinnen haben haushoch gewonnen. Sind sie stolz auf ihre Spielerinnen? Natürlich, wenn so ein Spiel gewonnen wird und so hoch, natürlich bin ich stolz. Es sind auch sehr viele Fehler passiert, technische Fehler, aber im Ganzen war ein gutes Spiel. Trainingsspiel kann ich so nennen. Der Gegner ist nicht so wertvoll war, aber trotzdem, wir haben ein gutes Trainingsspiel gehabt. Glauben Sie, die guten Bedingungen im Multiversum Schwächert haben zu diesem Don Sieg beigetragen? Natürlich, die Halle ist sehr angenehm, der Zuschauer ist nah, strahlt Wärme und zum Schluss so viele Zuschauer. Einfach aufpushen, motivieren. Es baut auch ein Team auf. Das bedeutet, du versuchst immer dein Bestes zu zeigen. Du bist stolz und zeigst das. Wie war es, in dieser tollen Halle zu spielen? Es war eine super Atmosphäre, es war wirklich toll. Also mir hat es sehr gut gefallen, also immer wieder gern. Man hat nicht jeden Tag die Chance, vor allem in so einer Halle und vor so einem Publikum zu stehen. Es war schon cool, ja. Die Atmosphäre war heute super. Es gibt auch mehr Adrenalin zu spielen und ich fand es eigentlich sehr super. Es war großartig. Also die Stimmung war am Anfang toll. Die Deckung, also meine Deckung war natürlich auch toll. Dann haben sie alles getroffen. Und dann habe ich auch einzelne Pelle gehalten und dann einfach die Stimmung und alles. Es war großartig. Also man kann es sich beschreiben. Die Mädchen waren eigentlich großartig. Und für das, dass das ganz junge Mädchen, nämlich Jahrgang 98 ist, ist das eine schöne Sache. Und was sagen Sie zur Location Multiversum schwächert? Ja, wir kennen das. Wir spielen nicht das erste Mal hier. Und wir kommen gerne immer wieder. Das Multiversum ist eine tolle Halle. Wir haben erst am Samstag eine tolle Veranstaltung, nämlich eine Ballveranstaltung erlebt. Und man sieht, wie schnell man hier umbauen kann und diese Halle fit machen kann für ein großes Sportereignis. Ganz eine tolle Sache. Also die Halle bietet hier natürlich eine ordentliche Infrastruktur und ich bin sehr stolz darauf, dass wir, unsere Veranstaltungshalle in Schwächert, heute Austragungsort sind zwischen Österreich und Deutschland. Wieso hast du dich als Austragungsort für das Multiversum schwächert entschieden? Weil es eigentlich die geeignetste Halle in der Umgebung von Wien ist und mit dem größten Fassungsvermögen und für ein Spiel gegen Deutschland ist es eigentlich die einzige Halle, die wir hier zur Verfügung haben.